Hallo herzlich willkommen zu Folge 3, Part 3 von Beyond Two Souls. Wir sind im Militärcamp? Keine Ahnung. Könnte sein. Hab nämlich die Mission nicht gelesen. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten drei Jahre. Das Training stattet morgen früh um fünf. Sei pünktlich. Ach, nur drei Jahre. Ist ja gleich um. Ist ja morgen schon um. Kein Problem. Du, 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 tuff, 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 tuff. Komm schon hoch! Hopp, hopp! Hallo, hüp. Hoch. Hab ich doch. Ach so, wenn es angezeigt wird, ist ja behindert. Und jetzt? Bin mal gespannt. Ja, muss ich viel machen. Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber. Heut noch! War echt schwer. Ich hab stolz. Ganz genau so hoch. Komm schon. Ich hab nicht den ganzen Tag. Ich auch nicht, deswegen sitze ich ja hier. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja. Geil. Das hab ich immer gemocht. Das ist eine richtig geile Szene. Ja. Mach ich doch. Ja. Ja. Geil. Joly's Bewegung. Aufpassen. Wieder nach rechts wischen. Ne nach links wischen. Warum? Linker Fuß. Nach links dagegen drücken. Okay. Ducken. Bereit machen. Wow, quer gibt's auch. War fies. Joa, auf der Touchsteuerung ist das einfacher. Hab ich das Gefühl. Aua. Ins Gesicht. Kameran tot. Kameramann tot. In Deckung. Ziehen. Schieben. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Nö. Aber mit dem Controller war das schon nicht einfach. Das ist so übel. Nein, Deckung. Deckung. Komm raus da! Okay. Zur nächsten Deckung gehen. Okay. Macht das, macht das, macht das. Zur nächsten Deckung. Hallo. Bam. Zur nächsten Deckung. Feuer. Joa, springen ist so. Das sieht aus wie ein Wrestler. Das sieht aus wie ein Wrestler. NK gleich nach unten. Ein K-Ztel. Nein. Äh. Mit dem Gleichung muss man gar nicht kommen. Das hatte ich nicht. Das hatte ich in der Schule nie. Hallo. Schreib mal. Exzellent, Joey. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Hä? Warum? Ja. Gut, nur gut. Oh oh. Fight, fight, fight. Let's get ready to rumble. Meine Reaktionszeit ist episch. Das wird eher besser, viel einfacher. Muss nochmal runter, ne? Oh oh. Runter. Achso, muss ja. Muss laufen, muss laufen, muss laufen. Lauf, 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 Mädchen. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lass den Fettarsch unten. Los jetzt. Hüpfen. Hüpfen. Ducken. Hüpfen. Oh nein, was ist das denn? Ich bin dabei. Komm rüber, man. Fettig Sau. Oh. Was ist das denn? Tut weh, ne? Jetzt weiß es. Ich kenne mich damit aus. Tut weh. Ist gar nicht so einfach, das zu zielen damit. Apropos, wir haben Überlänge. Naja. Oder? Ah, ne, doch nicht. Vier nach. Man muss sich konzentrieren. Ein bisschen. So, nur so ein bisschen. Da ging es rückisch, rückisch, rückisch. Ich bin jetzt auf die Fresse. Nicht übel. Nicht übel, wat? Lass mich verarschen. Nicht mal nach der Hälfte der Zeit, sagt er Überlänge. Gibt's ja gar nicht. Boah, das ist schwer. Habe ich so oft verkackt, einfach. Hätte ich jetzt auch wieder verkacken. Ja, Baby. Oh. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Schnapp ihn dir. Zack, knacks. Aua. Ja, gut. Dann halt nett. Kann man da auch links lang? Hallo, ich kann Aiden nicht benutzen. Ich würde schon sagen. Na. Aha. Huf, wer ist der? Achso, das ist der da. Ich tue mal eins zurück. Hütt mal schnell neu um. Da kommt er. Moment, kann ich denn nicht einfach... ...ausnöckeln? Sieht der mich? Was macht der denn? Kann man nicht eigentlich? Ah, sie ist er. Achso, zusammen. Kann man nur halten, ist ja auch lame. Er ist jetzt wirklich tot. Oder damit tötert man Leute. Nein. Hallo, ich möchte zurück. Nicht übel, Jodie. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Sprung, Wein. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Hey, du bist mit dabei, Jodie. Herzlichen Glückwunsch. Zum Glück war das nur die Kontrolle. Das Zusammenziehen. Okay, dann war nämlich das Aufziehen. Das Töten. Trink mal mal einen Schluck. Brauchen wir jetzt. Das Auge geht relativ schnell runter. Ich mag den Zug. Nur ob ich das fehlerfrei schaffe. Ich glaube er nicht dran, irgendwie. So. So. Na, wozu denn? Hallo? Achso. Hä? Hallo? Ich bin da hin. Ja, geh mal zurück. Nein, nicht durchgehen. Dipp. Es reicht, Aiden. Fuck, lass mich schlafen. Nein. Wir kommen gleich wo an, wo wir nicht hin wollen. Entschuldigung. Habe was anderes gezielt. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. Ein bisschen erkältet. Darf ich jetzt wieder? Danke. Dann warten wir halt kurz. Nein. Natürlich nicht. Drücke, 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 drücke. Zack. Verschwinde, Aiden. Komm, ich habe nicht geschlafen seit drei Tagen. Okay, ich bin müde. Du hast drei Tage nicht geschlafen? Ich habe zwölf Tage nicht... Nein, Spaß. Aber jetzt, oder? Komm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Huch Wo ist sie denn jetzt? Aiden Ich habe doch gesagt Mist Na, Ma'am, zurück auf den Platz bitte Okay Scheiße, das ist sie, das ist sie! Das ist sie nicht Oh, schräg, das ist ja voll fies Das ist ja voll schräg Lauf, 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 lauf Da hat es gerade gehangen Jetzt muss ich wieder nach oben wischen Dann wieder schräg, ne? Oh, die Erkennung ist sehr gut Ich habe nach oben gewischt Oh Koffer Aua Normalerweise muss man hier selber laufen Voll fies Aua Check Body check Lauf Ich bleib nicht Stopp, oder ich schieße Ich habe noch nie den Weg gewählt Ich bin immer durchs Fenster eigentlich raus Darf ich wechseln? Nein Meine Mütze Meine Mütze Oh, lauf, 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 Mädchen Lauf, Mädchen, lauf Lauf Handkantenschlag ins Gesicht und verpiss ich. Tschüss. Next. Nach rechts. Nach unten. Und ins Gesicht. Nee, doch nicht. Gemalt weiter. Ich erwarte eigentlich was. Ich erwarte was. Oh. Oh, Schiss. Ja, machen wir halt zwei Minuten früher fertig. Egal, aber was als nächstes passiert. Ja, ja, ja. Das sehen wir erst im nächsten Part. Haut rein. Ciao.